diese tue hier ist leslie ich habe eine nachricht für dich corneo um die ecke du kommst allein ja und wo sind die täubchen von avalanche war doch schließlich deiner aufgabe diese bilder zu schnappen tut mir leid deshalb will ich mit ihr reden du weißt schon warum ich mich hier verstecke oder ich hab den täubchen von avalanche etwas zu viel vorgesungen leider hat der shinra absolut nicht gefallen sie wollten die platte und ausnahmslos alles in sektor sachen für den erdboden gleich machen aber diese belge haben die leute gewarnt und die meisten menschen konnten leider fliehen ich verrate dir ein geheimnis shinra film mit gar aufgeben und ein neues paradies zum leben erschaffen ursprünglich hätte ich der don vom weimar in der neuen stadt werden sollen stadtdessen bin ich jetzt auf der flucht dabei hatte ich eigentlich vor dir die führung meines ladens in der neuen stadt zu überlassen so ein jammer und jetzt zur preisfrage wann legen schurken wie ich am liebsten alle karten auf den tisch die antwort kennst du doch bestimmt du schlaumeier wenn ihr wisst dass ihr gewonnen habt bingo freudig nicht zu früh wir würden jetzt und er gerne alles über sektor 7 hören ist er jetzt durchgeknallt denn ich schrei hier nicht zum spaß rum wisst ihr oh nein oh nein oh nein die stadtdien wieder wir hatten es doch besiegt anhängen die waren nicht ganz ne oh nein da verpiss ich wieder ah so was hasse ich ja ne oh nein kommen die auch noch zum spiel können wir uns erstmal um den die kinder das ist so klein wie xiege schwannse alle rauben drauf und jetzt kampfesrauschwerde auf hochtouren ich zähl auf dich lass mich runter oh nein oh nein Wasser hier aus die schwacke nicht übertreiben Ferdigkeit maximale Wut auf Arco ich hätte auch ein paar mehr ähm Bestien ach wie nennen wir die noch? diese Bestien Magie ne? hätte ich ein paar davon noch genommen keine chance ich bin bereit jetzt geflasht ähm Magie? was war nochmal gegen den Effektiv? folgern ne? war ja gar nichts ne? ah schwächer mach das jetzt was was ja ich sehr sauer ich sehr sauer ich sehr sauer ich sehr sauer wir haben seine Kinder Fertigkeiten Also ich müsste erstmal mehr ran Auf Hochtouren Du machst die Magie erstmal Befolger Schock Beschwören haben wir auch jetzt Limit Kreuzschlag Auf Ako Nice Das ging schnell Oh die Jungs sind auch alle weg Da liegt er endlich Das ging echt schnell ne Tja Was tut doch kein Hass Da war der Jungs aber besser als Komisch Der ist da reingegangen Jetzt musst du wieder zurück Scheiße Oh lässt du Hey wie sind da bitte da hingekommen Verstehe Ich finde ihn schon Ich hab sonst eh nichts zu tun Willst du nicht Jemanden anders suchen Du hast sie doch geliebt Manchmal merkt man's erst wenn man jemanden verloren hat Vielleicht ist es noch nicht zu spät Die Blume steht für Was wollte sie wohl sagen Ein Wiedersehen Wie? Die Blume steht für ein Wiedersehen Ich sollte sie erst finden Du hast recht Danke Moment Hast du etwa dein Versprechen vergessen? Natürlich nicht Da ist er Gehen wir raus Dann sag ich Wie ihr hochkommt Was ist das? Hölle? Gott Ich hab mir hier auch nichts Mehr zu machen Boah die Ladebildschirmen Nerven mich richtig Bei dem Spiel Keine Ahnung warum Die sind so lange Alter Ich mein klar ist große Welt Aber Wir haben 2020 Da könnte man sich Ein bisschen mehr Mühe geben Vielleicht wird es ja bei der Playstation 5 Ein bisschen anders Vielleicht hätte es aber was damit zu tun Und sonst so Also Truhe Ach man Die Entwickler Ich hab mich Meine Lunge tanzt vor Freude Hier entlang Aber 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 Nein Da ist die Truhe Eine Seilpistole Oh Schießt das Seil zum Klettern ab Und zieht euch daran nach oben Hinter dieser Mauer liegt Sektor 7 Mit der Seilpistole könnt ihr euch über Hindernisse wie Mauern und Trümmer ziehen Hat aber kein Abseilmechanismus Ist man erst oben Kann man nicht wieder zurück Bevor ihr hochgeht Solltet ihr alles notwendige erledigen Da muss mal ein Upgrade gemacht werden Da ist ein Leiche drin Haben jetzt nur eine Pistole für drei Leute bekommen Ja okay Vielleicht hat er den Sack jetzt vertauscht Mit denen hier Die rechts liegen Die Jagd nach Korn Niemals Korniobin zu Male zurückkehren Male Male Ah ja Gut Können wir jetzt zurück Aber da war eine Truhe Ach egal Müssen wir gleich später machen War ja die Nebenaufgabe Die hab ich ganz vergessen So Schön euch zu sehen Das hier schickt der Racheengel Das sollte uns beim Wiederaufbau von Sektor 7 helfen Der Racheengel Der Racheengel der Slums Habt ihr ihn etwa getroffen? Nein Er hat uns die Sachen nur zukommen lassen Ja So was Der Racheengel der Slums Oh Das ist ein wahrer Held Sein Geschenk werde ich für einen guten Zweck einsetzen Ach Ehe ich's vergesse Ist der ein Fan? Das hier ist für euch Könnt ihr sicher gut gebrauchen Ja Und hier ist eine unbekannte Musik Die würde ich gerne haben Mehr als das Können wir nicht transportieren On your ways Ja immer her damit Schön aufpassen da draus Ja Ja Mehr konnte ich leider nicht finden Das hast du denn zum Angebot Das ist mir egal Das ist mir doch schon Viel Glück Egal Nicht egal Weil du nur Scheiße dabei hast Ich muss jetzt immer so singen Ich möchte gerne Es gibt nämlich noch ein paar Ich möchte jetzt mal so singen Ich möchte jetzt mal so singen Beklimen haben wir jetzt Es gibt nur so Endlich können wir die Rettungsarbeiten fortsetzen Haben wir Okay Dann Wallmarkt Engel Und dann mal Mal Nee Arena Nee Quatsch Oder soll ich die Arena mal machen Die haben wir Im Prinzip nur für die Hauptstory genutzt Ich guck halt mal Ich würde erstmal gerne hier diesen Beschwerer Materia Ich würde mich sehr freuen Die Gespräche erstmal zwei Minuten lang dauern Bis die ansitzen Das sind so negative Sachen Ach Junge Warum hast du nicht so viele Ich freue mich Auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten Zwei Feen Das ist das Analyse von Schockphänomene Was ist das der Schockphänomene Oh Gott Was haben wir jetzt nicht dabei Wir gehen zur Arena Ich weiß nicht ob das Was damit zusammenhängt Mit der Arena können wir ja ein bisschen Abgräumen Angeblich ist Kornio verschwunden Nirgendwo So Jetzt gehen wir mal in die Arena Weil wir noch zig haben Wir haben ja eigentlich Mehr schon geschafft Als man Eigentlich Hätte schaffen sollen Ja ging ein bisschen schnell oder Fand ich Deswegen Zu dritt kriegen wir das gebacken oder Arena Bevor Wir zum Finale kommen So Cowboy Ausgezeichnet Da bist du ja Hier Such dir einen Gegner aus Okay Warte mal Ah Man kann also mit verschiedenen Okay Die fangen glaube ich von oben an Stimmt Klassisch Was 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 Mysterium Atomisator Tarot Karten Hat das Hat das was Damit auch zu tun Hier Mit Einfach Klassisch Hey Das verstehe ich nicht so ganz Oh Gott Alter Wie luschenhaft So Gewonnen Guck mal mit Was besser Oder Das Spiel Können wir schon Ein bisschen runter Stellen So Ich muss das Hey Ja Es ist aus Volle Konzentration Hm Wir kommen nicht Gegen Ah Pendant so hässliches goldvieh die ist beidurkisch das sollte reichen ok ok Okay, find ich auch. Wow. War schlecht. War schlecht. Okay, ist das anders. Oh, geil, oh. Mein Einsatz. Das war abzusehen. Nicht anders. Don't give up. Okay, wo ist mein Boss? Genau so. Ich bin bereit. Das sollte reichen. Ballern wir noch mal drauf. So. Na dann. Ein Kolossin. In Kolossin. Nicht mehr geheilt, oder? Was sind dann die Ausbeutel? Ist doch Schwachsinn, oder nicht? Ich bin bereit. 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 Die sind ätzend, war die? Das wird mit drun... Ich bin bereit. 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 Aber... Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Aber... Gar nicht. Das geht nicht so schlecht mit der... blitz so immer ein gegeben war das wäre jetzt so besinnen kommt dann nächste ist ein tiefer tiefer du bist dran ja gibt es immer einen, ne? können wir uns entscheiden, in wem aber tiefer wird es richtig easy damit ist es so mein Fall, wa? mit dem Kampf, keine Ahnung er ist auch nicht so ganz tiefer ist schon schnell, ja ja, toll ich hasse die, ne? die in einem Team sind geschätzend ja, saug an meine Titte saug an meine Titte auf Hohtouren und auf alles besser ja so, erstmal ja erstmal Arsch abstreichen äh, auf Hochtouren schwankt die Attacke am meisten zum Angriff zum Angriff so, servus Scheiße, du warst ja, die verteilt nicht so viel aus, ne? okay, die Handschuhe, die haben nicht so viel verteilt, äh, Angriff darf hier, glaub ich, schon mal Kine, ne? und was hatten die? Don't give up oh, ba das ist schon wie so Trainingsmusik an, also so, nicht Training im Sinne von so Sport und Fitnessstudio Don't give up so von früher von früher in Stil kann ich aufladen dope da du bist auch du bist eins da du bist du bist du bist du bist au du 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 So, habe ich genutzt. Das wär's. Stufe 30. Delfinschlag. Hat sich süß an. Aber ob süß ist, glaube ich eher nicht. So, Zweierteams von SlumHoligans, Gang 2, äh, ich bleib bei Cloud, Cloud um tiefer, komm, tiefer. Jo. Achso, man kann auch mit ein oder was? Man brauchst nur 100 zu bezahlen. Ah Gott. So. Schneller tut, als man sie fein sieht. Achso. Die Bestenbringer. Ah ne, das ist ein Handlager. Ich bin der Bestenbringer. Ich bin der Bestenbringer. Nix. Wann steht Arena davor? Kassa. Äh, die Wunde davor? Kassa. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich hab ganz schön gezwebelt. Das ist aus. Bis hier und nicht weiter. Jetzt leg mir hin zu. Ausgab. Oh shit. Es geht los. Aha! Ah! 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 Das war ein gutes Training. Oh nein. Nein, mein Bild ist weg. Fremd ich dir noch? Ja. Oh, das hasse ich dir manchmal, ne? Keine Schade, es ist aus. Es ist noch nicht vorbei. Erzähl mal was Neues. So, letzter. Bäm 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 bäm. Oh nein. Ich bin bereit, ist hier und nicht weiter. Fack'n Scheiße. Weiters. 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 Weiter, weiter! Ja! Wir sehen uns in der Erde! Ja! Ja! Bitte! Ich schau noch drauf. Ich steh' auf dich. Ich zieh' dich zurück. Nice Hau drauf auf den Typen Auch wenn er am Boden liegt Hau drauf Aber echt ey Neuer Rekord Okay Schläger-Trupp Okay Oh Das wird schwer Oh nein Das ist auch So Kleiner Pisser Ich kann mich schon vorstellen, dass er mit Enel dann alles zusammen nochmal kommt Das sollte reichen Volle Krass Tschüss Genug Keine Chance, es ist auf Volle Konzept ist hier und nicht weiter Weiter geht's Ich muss die Ich muss die Feige auf Sturm Der ist Fast leer Jetzt oder nie Los gehen wir hinter uns Nice Na dann Na dann, mal los Alleine ja Oh nein Machen wir nicht erstmal ab, gell? Machen wir nicht erstmal ab, gell? Nice Keine große Sache Haben wir alle? Haben wir schon alle? Ach krass. Okay. So. Wie viel müssen wir noch? Das ist nicht so viel. Barret! Oh nein. Oh nein, das wird heftig. Die beiden werden heftig. Ah, komm. Na hoffnung, man wird noch schwerer. Aber muss ja nähern, ich glaube ich, oder? Jawoll. Die Attacke zieht richtig viel, wa? Diese Gamma-Attacke. 30 bin ich. Also ich bin 30 Jahre alt. Ich lebe bei meiner Mutter nur. Und ähm, äh, ja. Aua! Ja! Die Musik passt doch zu dem. Aua! Ja! 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 Das ist ja so. so wir grad die haben die voll aus mit dem ne zurück habe ich alle alles zu gehen die so mann kommt noch eine runde nee das war die ja meine steck mal wir können auch nur eine runde bei dem herrn ist einfach einfach ist so ich habe immer gleich wieder bonus punkte verteidigen Hier, an jeden. Ja, aber jetzt sieht mehr, ne, als die anderen. Die Ramadam-Attacke, ne? Ramadam-Attacke. Das war ein gutes Training. So. So, bin leider zu heiss dafür. Tja, wie das... Ist das alles? Ja, kann ich mir mal sehen. Ich höre die Reihe. Ja, kann ich mir mal sehen. Aber wir sind nicht overpowered für die Arena. dann machen wir so klar wir sind auch leicht aber trotzdem die schläge über die drei schläge beim tod und so von wegen der seine materia ich hätte kaum was Blitz. Kann man aber hier gut nutzen. Ja, aufflucht hier Magie. Letzterer Damme. Gewonnen. So schnell geht das. Und das zeige ich euch, dass ihr auch. Hier im Let's Play. Von dem Profi. Von dem Profi. Ja, ja. So, ich glaube, die machen wir beim nächsten Mal, oder? Wir sind ja schon bei 45 Minuten. Ne, 41. Warte, wir machen nur eins. Äh, ja. Wen denn wohl? So. Oh. Okay. So. So. Volle Konzentration. Drei verschiedene Gruppen. So. 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 Ich kann die... Ah, ist es, ne? Oh! x4 alter wirkungslos schietet doch nicht feuer war das feuer war das müsste ich doch mal analysieren das hätte ich nicht so gemacht es wäre glaube ich neu wenn das Zeichen kommt es ist mal so mehr habe ich jetzt kommen lassen soll ich jetzt nicht am Boden Reicht mir jetzt, guck mal. Guck mal, ob sie da immer noch stehst. Dauer Pisser. Ich starte mal auf, dann kann ich die Kommandanten auch mal analysieren. Nur kein Überm. Gut. In die Waffe. Aufgebekommen. Tschüss. Geh, 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 geh. Nein, das wird weh tun. Alles geht. Nice. Das läuft doch ziemlich gut. Ja, nicht schlecht. Jo. Ja. Keine Chance. Okay. Analyse. Das geht direkt auf allen, ne? Aua. Ach. So, Cloud-Hartstufe 31, wenn der Level richtig war. What the? Kann man auch mal minimisieren. Das sind nur die aus dem einen Dungeon, ne? So. Ouch. So. 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 waren alle zumindest dich nicht so auch noch kommt haben alle durch ne so er wird So, sicherheitshalber hätte ich mal eine Zeit machen sollen. Autsch. Wo macht der das? Der büßt den Hammer. Der hielt die ganze Zeit. Ja, das ist fast. Das ist der Weg. Pisser. Die ganze geboostet. Oh, oh. Das war gleich mal die erste Runde. Ach, das ist, äh... Keine Chance. Timm mal. Eis. Der Winternat. Game of Thrones, wa? So. Einfach doof da. Oh nein. Was bist du denn? Der aßt gerade. Warte. Jetzt, Tom, ey. Dann starten wir mal auf. Für Analyse. Oh, jetzt warte, bevor du ihn tot ist. Du willst warten. Blitz und Eis. Blitz und Eis. Blitz und Eis. Blitz und Eis. Jetzt legt es an dir. Warte los. Ha? 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 So. Blitz. 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 Äh, wir können Efrid beschwören. Ne, komm. Ah, die ist tot. Nichts überstürzen. Oh, doch bitte Schockschaden. Maximal Ruhig. So, der ist nochmal Blitzger. Oh ne, Blitzgera, komm. Das dürfte rein. Schön. Ah, fast. Okay. Blitzgera hat nochmal drauf gehauen, deswegen hat es noch gericht. Oh. Oh nein. Aufladen, 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 aufladen. Ach, der ist Eis im Feuer. Das ist ne gute Kombi. Was? Los, gib alles! Jetzt das Recht. So, es reicht. Alles geht. Hier geht es los. Los geht's. Jetzt oder nie. So. Einen Druck gehauen. Oh, du Ende. Duft da. Boah. Alter, was? Oh mein Gott, was ist das denn? Die kenn ich doch gar nicht. So. Analyse. Blitz und die Luft. Oha. Der Kreis sägen aber. Oh. Oh. Genau da griffst du hin. Ja, da geht noch was. Oh. 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 Jetzt komme ich. Nice. Bam! Gewonnen! Nice! Das war's! Das waren alle Kämpfe! Und wie ich weiter geht in der nächsten Folge! Ciao!